Musik Herzlich Willkommen bei High Five! Wir sind diesmal bei High Five am Kandidplatz in Untergiesing. Ein gemeinnütziger Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche durch Sport zu fördern. Zuerst bekommen alle Kinder Skateboards, Helme und Schutzausrüstung. In einem Sitzkreis werden die Ziele, Wünsche und Erwartungen für das heutige Training besprochen. Und dann geht's auch schon los. Erstmal aufwärmen. Ich wollte den Frontside 180 machen und ich wollte fragen, ob du mir das vielleicht zeigen könntest. Ja gerne. Erstens, du weißt ja an sich schon, wie er funktioniert. Und ich mach ihn dir noch einmal vor und dann probierst du es am besten mal und dann schaue ich mal, ob ich dir ein paar Tipps geben kann. Okay. Also einmal zugrechnen. Entschuldigung, einmal. Nice! Wichtig dabei, dass du dich schön nach hinten lehnst auf die Fersen. Wir wollen sehr aufrecht stehen, wenn wir abspringen. Probier es mal. Vielleicht habe ich da noch ein paar Tipps. Ja, ja, sehr, sehr gut. Du hast schon, also die Drehung machst du am Anfang perfekt, aber dann wäre es super, wenn du deinen Fuß noch ein bisschen weiter nach vorne bringst auf den Bord. Und dann schön aufrecht bleiben und die Arme ausschwingen lassen, dass wir am Ende die Drehung fertig machen können. Als gemeinnützige Organisation setzt sich HiFi für die Förderung von Kindern und Jugendlichen ein. Durch Sport sollen die jungen Menschen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden, sich für Neues begeistern und lernen, ihre Ziele zu erreichen. Die Kids kommen gern zum Training. Weil man hier richtig schnell lernt. Und als ich hierher gekommen bin, bin ich halt noch nie auf dem Skateboard gestanden. Also was ich auch ziemlich cool finde, weil am Anfang kann man überhaupt nicht richtig gut drauf stehen und am Ende nach dem Kurs fühlt man sich schon richtig gut. Ich mag es gerne, da so Tricks zu üben und sie dann am Ende von dem Tag zu können, richtig gut zu können. Also es ist auf jeden Fall viel besser, weil davor konnte ich eigentlich nur rumfahren. Weil Skateboardfahren mir Spaß macht. Also ich wollte es einfach einmal ausprobieren, weil meine Mutter gehört hat, dass es hier kostenlos ist. Dann habe ich es mal ausprobiert und es macht mir einfach sehr viel Spaß und deswegen komme ich immer her und ich finde es auch cool hier. Weil man viel lernen kann und es macht halt Spaß. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 14, 15, 16, 16, 17, okay. Der Verein ist mit freien, kostenlosen Trainings im ganzen Münchner Stadtgebiet unterwegs. Skateboardkurse gibt es bei gutem Wetter von April bis Oktober jede Woche in Giesing, Neuperlach, Riem und Neu-Aubing für Kinder von 8 bis 13 Jahren. Das sind Kinder, die sich komplett ihre Angst überwinden, die sich anfangs gar nichts zugetraut haben und auf einmal total aufgedreht, voller Vorfreude, probieren ganz viel aus. Und dann geht man schon mit einem guten Gewissen und einem guten Gefühl nach Hause. Man hat was Gutes getan. Wenn man weitermacht und nicht aufgibt, dass man halt wirklich echt Sachen erreichen kann. Und ja, also die freuen sich ja dann auch total, bis sie dann doch echt nach langer Zeit und nach vielem Üben dann wirklich einen Trick geschafft haben. Und das Aufgeben halt, ja oder immer weitermachen, dass sich das wirklich auszahlt. Das Konzept von High Five basiert auf der Überzeugung, dass durch Sport wichtige emotionale, soziale und integrative Fähigkeiten vermittelt werden. Natürlich geht es auch um das Gruppenerlebnis Bewegung und darum, aus der eigenen Komfortzone zu gehen. So, ich mache eine ganz kurze Pause mit Hanna und Maria, die hier fleißig üben die ganze Zeit. Wie lange seid ihr denn schon bei High Five mit dabei? Und wie seid ihr dazu gekommen? Also ich bin glaube ich so circa ein Jahr oder zwei Jahre hier schon. Ich bin hier wegen meiner Freundin Maria hierher gekommen, weil ihre Mutter hat mir halt mal so gesagt, Ja Hanna, weißt du, Maria ist so beim Skateboard fahren. Da hat sie halt gesagt, ja Hanna, du kannst auch mal so kommen und mal anschauen, ob es dir gefällt. Und dann habe ich das auch ausprobiert und es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Also Maria, dann warst du ja eigentlich diejenige, die zuerst dabei war. Wie ist es bei dir dazu gekommen? Ähm, ich habe zu Weihnachten ein Skateboard mir gewünscht und den habe ich dann auch bekommen. Und ich dachte halt, ja, ich habe ein Skateboard und wenn ich kein Skateboard fahren kann, dann ist es unnötig. Und deswegen habe ich halt geschaut so, hier waren auch schon Freunde und dann bin ich einfach hierher gekommen. Und das fand ich ganz toll. Dann bin ich hier geblieben. Was macht euch denn hier besonders viel Spaß bei High Five? Also mir macht es hier besonders viel Spaß, hier auch mit meinen Freunden abzuhängen, Tricks zu lernen auch. Und auch eine schöne Zeit hier zu haben. Warum würdest du auch anderen Kindern empfehlen und Jugendlichen hierher zu kommen? Die Lehrer sind nett und man kann auch ganz viel lernen. Um vorwärts zu fahren, musst du eine seitliche Bewegung dabei bringen. Deswegen gehst du einmal links, einmal rechts. Das probieren wir einmal. Von den Füßen machst du genau das Gleiche. Ich halte deine Hände und du wirst mit dem Oberkörper, mit Schulter und Hüfte, einmal leicht in die Richtung, dann einmal leicht in die Richtung. Einmal hier, einmal da. Tick, tack. Auf geht's. Erstmals kommst du zu mir, genau. Und jetzt in die andere Richtung. Und nochmal zu mir und nochmal da. Tick, tack. Voll gut. Voll stark. Bei High Five gibt es nicht nur Skateboards, sondern auch Streetball-Kurse und BMX. Auch Schulen haben die Möglichkeit, High Five-Kurse anzubieten. Mehr dazu gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei München tut gut. Wir begleiten heute High Five hier im Skatepark in Untergiesing. Ein Verein, der sich für die soziale Förderung und den Teamgeist einsetzt. Wir zeigen euch nochmal alle, wie den Tick-Tack geht. Manche können das, da gibt es ein Parcours für euch. Ich fange von hier an, Schwung zu hollern und durch die Hütchen immer eine große Kurve. High Five wurde im Jahr 2010 gegründet, aus eigener Liebe zum Sport. Seither ist der Verein stetig gewachsen. Ausgezeichnet wurde die Initiative mit sechs Preisen, darunter ein Laureus-Award und der Münchner Nachbarschaftspreis. Ihr habt ja nicht nur Skateboard im Angebot, sondern noch viel mehr. Was gibt es alles bei High Five? Genau, also prinzipiell machen wir Förderung von Kindern und Jugendlichen mit unseren Sportarten, die wir kennen und wo wir wissen, dass sie dabei sehr hilfreich und erfolgreich sind. Das Skateboard-Programm, beziehungsweise die unterschiedlichen Skateboard-Programme, sind ein großer Bestandteil davon. Dann gibt es auch das Skatepark-Mobil-Programm, wo Skateboard sowohl als auch BMX zum Ausleihen sind und man beide Sportarten lernen kann. Und ähnlich wie das Skateboard-offenes Programm wie hier, haben wir ein Streetball-offenes Programm mit der Sportart Streetball, beziehungsweise Basketball, aber weg von diesem Leistungssport und mehr zu diesem gemeinsamen Spielen und dadurch Sachen erlernen und Sachen erfahren. Auch an Schulen ist High Five aktiv. Mit sportpädagogischen AGs, die ein ganzes Schuljahr begleiten, und den First-Try-Skateboard-Workshops. Das sind Schnupperkurse, wo wir dreimal an eine Schule gehen und da Klassen für dreimal zwei Schulstunden einen Schnupperkurs machen. Das ist für die Schule komplett kostenlos und ist vom Referat für Bildung und Sport mit unterstützt. Und das ist für alle Schulen innerhalb von der Stadt München möglich. Die müssen sich halt bei uns melden. Die Warteliste ist schon lang, weil das ist natürlich sehr begehrt für ein Angebot. Das ist für alle Schulen in München von der dritten bis sechsten Klasse. Die Eltern bringen ihren Nachwuchs gerne zum Skateboard-Training. Also ich finde es super, dass High Five hier für die Kinder kostenlos Skateboard-Training anbietet. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir sind da alle froh, dass es so kostenlose Angebote gibt. München ist sehr teuer. Und die Jungs machen das mit ganz viel Liebe, Herzblut. Also mein Sohn liebt es, hierher zu kommen. Ich bringe meine Tochter gerne hierher, weil das ein gutes Angebot ist für Kinder jeglicher Altersklasse, also ab acht Jahre. Sie lernen hier Teamgeist und einfach Spaß an der Bewegung. Die können herkommen, brauchen keine Ausrüstung, kriegen alles gestellt. Das ist einfach Top-Organisation und es macht Spaß. Einfach ein gutes Miteinander ohne irgendwie so einen Leistungsdruck, den Spaß am Sport und auch den Spaß am Miteinander. Beim offenen Skateboard-Kurs am Kandidplatz machen die Kinder Woche für Woche große Fortschritte und lernen viel Neues. Ich habe heute gelernt, dass ich mich ein bisschen mehr anpacken muss und üben muss, weil das habe ich noch nie so richtig gelernt. Die Trainer haben immer alles dabei, also Boards, Schoner und Helme. Die können einem gut helfen beim Tricks lernen und einem Ratschläge geben. Ich bin natürlich ein bisschen müde und fühle mich aber mega happy, also weil es macht einfach mega Spaß. Was ist besser, Computer oder Skaten? Skaten. Ganz klar Skaten. Ich weiß, dass ich den Kindern halt schon echt was mitgebe und manchmal kriegt man auch wirklich direkt Feedback von den Kindern. Und dass die halt sagen, ja, die freuen sich total aufs nächste Mal und das ist halt schon wirklich sehr schön. Hast du heute Spaß gehabt? Bist du heute mindestens zehnmal hingefallen? Ja, voll gut, hinfallen, voll in Ordnung, das passiert, es ist nicht schlimm. Einfach weiter aufstehen, weitermachen, voll stark. Hast du heute etwas Neues probiert? Nee? Hast du heute etwas Neues gelernt? Es ist nicht schlimm, weil es nämlich ganz normal ist. Scaleboard fahren ist schwer, das dauert Zeit und das braucht viel Energie. Deswegen, manchmal klappt es, manchmal braucht es länger. Das Wichtigste ist einmal dran zu bleiben. Und deswegen die letzte Frage, wer kommt nächsten Montag wieder zum Kurs? Ah, das sieht schon mal gut aus. Hi5 wird von der Stadt gefördert, finanziert sich aber hauptsächlich durch Spenden. Alle Infos und Links zu Spendenmöglichkeiten, Kursangeboten, Feriencamps und Schulkooperationen finden Sie in unserer Mediathek unter www.münchen.tv. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht fest, Sie sind auch beim nächsten Mal dabei, hier auf dem Kandelplatz, wenn dann das Wetter mitspielt. Wir sehen uns beim nächsten Mal dabei, hier auf dem Kandelplatz.